Willkommen zurück zum nächsten Android-Game und zwar Osmos HD. Man hört schon an der Musik, das ist so ein bisschen entspannter. Man kann einmal Odyssey oder Arcade zocken. Wir gehen mal in die Odyssey rein. Ich bin ja sogar schon Level 9 von 10. Man muss, wer Spore kennt, kennt's. Man muss halt kleinere Viecher essen. Kleinere Viecher sind in dem Fall die, die nicht rot sind. So, da habe ich den nächsten absorbiert. Problem ist, um voranzukommen, generell muss man Teile von sich wegschießen. Oh oh. Boah, war aber knapp. Jetzt habe ich eine andere Umlaufbahn eingenommen. Man schießt solche Mini-Kapseln von sich weg. Also jetzt versuche ich mal durch die anderen hier noch durchzuschweben. So, bloß nicht weiterschießen, weil umso kleiner wird man. Und man muss halt in jedem Level der Größte werden. Man muss in jedem Level den Größten haben. Ah ne, Falsch at Game. So, ich lasse ihn jetzt einfach mal. Oh Mist. Wenn ich an den Rand komme, bin ich down. So, ich fliege jetzt mal durch diese beiden relativ großen noch durch. Und man wird immer größer. Level Complete. Jetzt bin ich der Größte. Oh nein. Genau, da muss man zweimal draufdrücken. Oder mit beiden Fingern. Jetzt muss ich den Attractor absorben. Wo auch immer er ist. Keine Ahnung. Boah, ist das schnell. Ist das schnell. Ach so, den in der Mitte. Krass. Da muss ich aber gewaltig groß werden. Das hol ihn dir doch. So, ich sammle mal fleißig hier die anderen Dinger ein. Oh oh. Wow. Okay, das habe ich schon eine relativ gute Größe. Die nehme ich jetzt nochmal mit hier alle. Mein Gott, baller ich hier Dinger weg, ne? Ich bin nicht wieder voll klein. So, den in der Mitte muss ich absorbieren. Dauert auch glaube ich nicht mehr so lange, bis ich die Größe habe. Und das ist auch diesmal ein Bezahlspiel wieder. War das wieder. Die meisten Dinger zurück sind ja gratis. So, ich glaube, den kann ich schon fast mampfen in der Mitte. Los, hol ihn dir. So, absorbiert. Jetzt bin ich das Größte hier. Schnell raus hier. Yeah. Drifter bin ich jetzt. Und Arcade Mode unlocked. Okay. Antimaterie. Okay, man, man, ähm. Oh, misst Mikro beruhigt. Man schaltet hier wohl mehrere Sachen immer frei. So, nächster Abschnitt. The Case. Eins von sieben. Absorb the Repulsor. Was macht er denn? Oh, Mist. WTF? Der frisst auch die anderen Dinger. So, jetzt kommt's zu mir. Komm zu mir. Ich darf nicht zu viel abstoßen, sonst werde ich zu klein. Mein Gott. Alter. Ich muss größer werden, um Anschwung zu nehmen. So, jetzt. Nein. Ich hab ihn nicht komplett gekriegt. Also, ich muss mich nochmal dran wagen. Meiner. Haha. Weggemacht. Mampft. Wegabsorbiert. Oh, jetzt soll ich denn ein Biophob. Oh, Mist. Man kann auch wegzoomen und ranzoomen, wie man's halt gewohnt ist bei den Dingern hier. Oh, oh. Nein, jetzt hat der mich halb aufgesaugt. Toll. Das hat's keinen Zweck mehr. Dann klickt man einfach mit drei Fingern drauf. Restart Level. So, meins. Nein, jetzt sind die alle größer als ich. Also, mal ein paar kleinere da essen. Da der könnte mir ja bloß keinen mehr abstoßen. Haha, jetzt hab ich sie. Meiner. Aufgemampft. Mein Gott, was hier für Viecher rumfliegen. Hier ist ja der Hammer. Oh, der war knapp. Jetzt nehm ich mir nur den vor. Dann den. Jetzt mal gucken, wo der große hier ist. Ah, da ist er doch. What? Nein, ich wurde absorbiert. Durch die Beschleunigung hab ich zu viel aufgenommen. Zu viel freigelassen. Oh, ätzend. Schon wieder. Lecker. Ah, geht aber noch. Nein, sagt bloß, der ist rot. Und wer gewinnt? Oh, Glück gehabt. Der ist aber relativ fix, der eine hier. So, jetzt nochmal eben ein paar Dicke einsammeln. Komm, jetzt gehört er mir. Haha, weg ist er. Uh. O2 Repulsor. Oh. Ne, warte, den kann ich nicht holen. Krass. Verdammt gefährlich hier gerade. Ja, jetzt hab ich verloren. Den großen da oben kann ich nicht mehr holen. Oh mein Gott. Restart. Aber was hab ich jetzt genau gemacht? Ach, Skip Level. Select Level. The Chase. Nein, zurück. Zurück. Und den haben wir noch nicht. Oh nein. Das war mal wieder nix. Alter. Man denkt, man kann es schaffen, aber dann sind die doch zu groß. All in dir. So, jetzt noch größer werden, noch größer werden und jetzt. Ja genau, jetzt haben die sich richtig dick gemacht. Aber wenn ich mir den da hole. Soll das eigentlich Latte sein, wie groß der ist. Also hole ich mir den da auch noch. Oh, da schuhe mir einfach gar keinen, so wie es hier gerade aussieht. Oh, da schuhe mir alle. Auch gut. Werde groß, alles klar. Wir wollen aber alle groß werden. Ach, Mann, du scheiß Ding, du. Oh, scheiß Grün. Oh. Mann, oh. Der hat mich schon wieder aufgesaugt. Das ist natürlich noch eine gute Chance. Nein, es ist ja mehr Skip-Level gemacht. Okay. Ja, genau. Wird immer schwerer, glaube ich. Man muss sich hier ganz schön beeilen. Okay, das ist dann zu dem... Ich gucke mal, ob ich hier zurückkomme. Arcade-Mode. Ah, ja, genau. Man muss hier die anderen wegstoßen. Oh, mein Gott. Das war mal nix. So, und wenn die langsam aber sicher sich entfernen, kann man hier durch. Und kann da so einen aufsaugen. So, und dann kann man auch die anderen aufsaugen. Und dann kann man alle anderen aufsaugen. Level complete. Boah, WTF. Oh. Nein, saug mich nicht aus. Okay, hier ist relativ viel Feingefühl gefragt. Na, WTF, wenn das jetzt nicht reicht, ne, wenn ich... Bin ich aber arm dran. Oh, schade. Hab's versucht. Okay, das ist in dem Fall jetzt... Osmo 3D. Also ich find's gar nicht so schlecht. Aber, ähm, ein bisschen speziell. Wer Bock drauf hat, soll zuschlagen. Ich glaube, das war auch unter 1 Euro. Ansonsten, bis im nächsten Game. Tschööö. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020